Denken Sie darüber nach, Ihre geerbte Immobilie zu verkaufen? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie beim Verkauf Ihrer geerbten Immobilie richtig folgen. Hallo, mein Name ist Mattes Groß, ich bin Immobilienmakler und wir von Urban Nature Immobilien sind bereits seit mehr als sieben Jahren in der Region Wismar, Rostock und Stralsund tätig und haben zahlreichen Menschen geholfen, Ihre geerbte Immobilie schnell und zu einem hohen Preis zu verkaufen. Zuerst sollten Sie beim Nachlassgericht einen Erbschein beantragen. Nur mit diesem können Sie im Grundbuch als Eigentümer der Immobilie eingetragen werden und diese folglich auch weiterverkaufen. Anschließend sollten Sie abklären, welche Steuern beim Verkauf Ihrer geerbten Immobilie anfallen können. Denn beim Verkauf können unter Umständen Spekulations- und Erbschaftssteuern anfallen. Hier empfehle ich Ihnen, mit einem kompetenten Steuerberater zu sprechen. Wenn Sie die Immobilien einer Erbengemeinschaft erben, können Entscheidungen nur in dieser Erbengemeinschaft getroffen werden. Dies gilt auch für den Verkauf Ihrer Immobilie. Deshalb sollten Sie im Vorfeld mit der Erbengemeinschaft sprechen und sich einig werden. Zu guter Letzt empfehle ich Ihnen, den Wert Ihrer Immobilie ermitteln zu lassen. Ansonsten wird das Finanzamt den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Theoretisch sollte es egal sein, wer den Wert ermittelt. Aber die Praxis zeigt eben, dass Wertermittlungen nicht ganz unabhängig von der Interessenslage des Auftraggebers sind. Deshalb biete ich Ihnen eine kostenlose und unverbindliche Immobilienbewertung an. Ich führe für Sie eine professionelle Marktwertermittlung durch und sage Ihnen im Anschluss, wie viel Ihre Immobilie wert ist. Klicken Sie dazu jetzt unterhalb des Videos auf den Button und tragen sich für die kostenlose Marktwertermittlung ein. Bitte hinterlassen Sie uns Ihre Telefonnummer, damit wir Sie erreichen können. Wir freuen uns auf Sie, Ihr Mattes Groß